Ab, 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 ab! 47 Sekunden, die Zeit von Christoph König im Innern ist 5. Lea Schmidlin unterwegs im Innern ist 4. Der Biergarten der Brauerei Vornburger. Und wir begrüßen das Sitz. Joachim Leutlana aus dem Kühlschrank. Unser Link zum Innern ist 2. Brauerei in Hintergrüssel. Er wird begleitet von Erich Bössinger, dem Sieger des Einspernermarathons. Mal schauen, ob wir auszurüllen.